Shoutouts an Dieter Bohlen, der jetzt kommentiert hat unter meinem neuesten Bild, dass er mir anbietet, mir beim Geldzählen zu helfen. Dieter, wir zählen nicht, wir wiegen. Denn wir sind Alpha und wir ziehen hier die Boss-Transformation durch, das heißt grammgenaue Ernährung wirklich. Also das ist hier wirklich bis aufs letzte Komma, alles muss das stimmen hier und dann kann man das auch sich getrost hier irgendwie mal einverleiben. Das brauchst du dann auch nicht, das brauchst du nur zu wiegen hier. Komm, das passt schon so.